Willkommen auf klembar deinem steinchen kanal und damit begrüße ich euch ganz herzlich zum nächsten zum nächsten bestellungspack video zum nächsten bestellungspack video und ihr könnt schon sehen wir haben eine überschaubare menge an bestellungen drei stück an der zahl klein sehr groß und teile mäßig groß also wertmäßig die kleinste die teuerste und teile mäßig die größte von größte von diesen drei was haben wir hier wir haben eine bestellung so eine hatte ich noch gar nicht gehabt und es freut mich dass ich so eine endlich mal hatte und zwar werden einfach ein paar haare gekauft ein paar haare hier so ein paar kapuzen und hier noch die letzten visiere die ich noch auf lage hatte ich gucke mal ob ich das set noch immer auspart ja das sind gute teile auch dabei schöne figuren und ja muss ich mal gucken und dann ist hier noch glaube ich black panther dabei genau nicht black widow black panther als minifigur im neuzustand coole bestellung ja vielen lieben dank dafür dann gucken wir mal hier auf die mittlere da sind viele star wars figuren dabei die relativ neu sind aus dem ich weiß gar nicht wie die set heißen weil ich sie gar nicht gebaut habe mit diesen zwei raumschiffen die sich jagen da sind zwei figuren raus und noch mal aus dem was gab inquisitor von mit dabei müsste der hier sein die sw 1301 ja coole minifigur cool bedruckt cooles accessoire hier mit dabei was auch bedruckt ist also wirklich eine top minifigur eigentlich sehr sehr cool dann haben wir hier noch mal ich weiß nicht wer es ist ja hier noch mal ein kollege wie gesagt das glaube ich glaube ich aus diesem jagd set mit den zwei raumschiffen oder aus dem asokassett ich weiß es nicht ja irgendwo da kam es her habe ich relativ frisch im shop beziehungsweise waren die zwei figuren jetzt noch nicht mal vorgelistet sozusagen sie waren im shop aber haben noch keinen lagerplatz gehabt genau diese beiden sind auch noch mit dabei und dann noch ein super kampftruide mit raketenwerfer arm ja ist ja eine ältere figur sw 13 nee 230 genau bisschen älter und da hatte ich ein paar auf lager wieder und die sind jetzt alle weg ja das ist der letzte davon und dann haben wir hier noch mal ein paar ich glaube pearl gray ist es ja immer dieses metallic aussehende da zehn blaster dann noch mal 20 im normalen schwarzen stil diese ganz normalen medium lang und dann ganz crazy zehn lange blaster und zwei imker hüte also die kombination möchte ich mal bitte erklärt bekommen vielleicht werden da minifiguren gemockt ich weiß es nicht aber das sind die imker hüte die bei den friends minifiguren dabei waren die passen auch auf normale figuren drauf aber wie gesagt waren bei den imkern dabei bei dem friends baumhaus glaube ich war das da waren die dabei habe ich noch sechs mal also kauft sie gerne leer freut mich dann und ja das sind die teile von dieser bestellung sind irgendwas mit paar 40 euro also die figuren sind es halt also hier diese diese drei figuren die haben wahrscheinlich schon wieder einen wert von 30 euro oder so verrückt einfach nur ja aber so viel zu dieser bestellung wir tun das auch mal alles hier hinten direkt ins kleine kartonchen rein ja also süßer karton da war mein handy drin wird einfach wieder recycelt so wie es sich gehört und dann hier eine bestellung da sind wir hier so bei 16 euro plus versandpauschale bisschen unter 20 also 19 euro noch was 65 lot 209 items und das ganze kriegt man dafür also ist doch eigentlich sehr passabel sehr viel red also dark red und weiß light blue grey auch immer dabei ganz ehrlich so ein krasses highlight ist hier nicht dabei als standard bricks technik bricks plates teils alles mögliche da verdrehten die sind ganz cool das sind diese runden teile auch aus diesem fang set ich weiß nicht wie sie es ja diese zwei sets die dabei waren die zwei star fighter und von dem einen sind die glaube ich gewesen ja ansonsten wie gesagt sehr viel standard teile hier beispielsweise auch noch mal ein bisschen was längeres die sind hier ganz cool das ist ein kleines highlight diese door rails in dark red zwei stück sind da mit dabei und halt ein paar plates paar bricks ihr kennt das spiel die highlights versuche ich euch ja zu zeigen aber meistens ist es dann doch natürlich standard ware und hier das ist ganz besonders eigentlich mal das sind hier einmal sechzehner glaube ich oder sind es nicht längere doch ich glaube einmal sechzehn oder so technik bricks dabei und noch zweimal sechzehner plates in dark red ich glaube vier stück an der zahl oder ein bisschen plates und normale steine und wedge plates also ja wie gesagt eine relativ standardmäßige bestellung aber natürlich für unter 20 euro kriegt man hier so die teile die man dann eben braucht und da gibt es dann bestimmt das ein oder andere coole mock was man damit schußern kann und dann ist es doch ein deal würde ich sagen von daher vielen lieben dank das wird jetzt alles noch fertig gepackt und dann schauen wir mal was die woche und sonst noch so bringt weiter geht's drei bestellungen wir gehen mal schnell drüber und zwar haben wir als allererstes hier dieses teil für die minifigur kostet knapp drei euro verrücktes teil mehr war nicht dabei aber sehr cool freut mich dann haben wir ein paar teile wahrscheinlich für die statue of liberty zumindest ist das schild dafür dabei und natürlich noch ein paar steine die dazu passen also ja gar nicht mal so verkehrt und zu guter letzter bestellung wir gucken mal drauf hier seht ihr es schon meine ganzen phase 2 clone trooper gehen raus und da könnt ihr schon sehen ein paar steine sind auch noch dabei knappe 90 euro und die haben wir alle hier hier ein paar steinchen ja solide und da die sw 1319 das ganze ding ja also da habe ich nur noch mal nachgezählt mein ganzer bestand davon ist weg und das freut mich natürlich aber auf der anderen seite muss ich gucken dass ich wieder ein bisschen nachschub holt aber ja auch cool die figuren sind sehr schleppen bisher weggegangen und auf einen schlag alle raus das ist doch auch mal super und damit würde ich auch sagen gucken wir mal was als nächstes kommt vielen lieben dank natürlich und die nächsten bestellungen sind eingetroffen ich muss ehrlich sagen ich weiß gar nicht wann das letzte war die letzte bestellung war es war es lange wochenende dazwischen ich habe mal ein paar tage auch pause gemacht und es geht jetzt natürlich wieder weiter zwei bestellungen sind auch direkt eingetrudelt einmal hier eine 10 lots 108 items 12 euro oder 12,40 euro ihr seht schon einmal vierer 10 bricks und ein paar das ist das highlight eigentlich ein paar von den harry potter minifiguren nicht minifiguren von den sammelfliesen da seht ihr es drei stück an der zahl ein paar bäumchen ein türchen und nochmal ein paar brick modifieds das ganze haben wir hier neben liegen überschaubare bestellung aber es sieht es sieht nett aus ja hier haben wir die sammelkarten die sammelplatten noch mit drin die ganzen bricks die bäumchen also wirklich sehr sehr schön und da nochmal den beutel mit den 90 einmal vierer bricks das gefällt mir und hier drüben haben wir nochmal eine kleine bestellung so zwei euro ist der steinwert 2,70 glaube ich und zwar aus der 62 11 der imperator als hologram das ist ein einmal zweier brick der beidseitig quasi mit einem aufkleber versehen ist und dadurch ihr seht es da hinten kommt so ein 3d hologramm effekt zustande und ja sehr cooler stein auch wirklich exklusiv da drin gewesen und ist bei mir wirklich in einem sehr schönen zustand noch und ich hoffe natürlich dass der für irgendein tolles mock oder so genommen werden kann und ja von daher würde ich sagen vielen lieben dank für die beiden bestellungen ähm da ich auch gerade keinen überblick habe wie weit ich jetzt in diesem video schon fortgeschritten bin warten wir einfach noch die nächste bestellung ab und schauen einfach mal wann und was da so kommt und dann würde ich sagen bis zum nächsten clip und da sind wir auch schon bei der letzten bestellung für das video und da kam eine bestellung ein von jemandem der hat schon mittlerweile ich glaube zum neunten mal in meinem shop bestellt und damit auch schon mal vielen lieben dank dafür ähm ich denke du weißt dass ich dich meine wir haben ja auch auf insta immer mal wieder ein bisschen kontakt er zeigt mir immer was er schönes baut und das ist natürlich eine tolle sache ja und da kam eben nochmal eine bestellung rein ähm gewohnte größe so kenne ich es mittlerweile von ihm knappe 50 euro 78 lots 238 items und eigentlich so das kernelement dieser bestellung sind hier äh die shock trooper fünf stück coruscant guards ähm aus dem aktuellen ja was ist das denn battle pack super pack keine ahnung äh fünf mal die minifigur noch fünf habe ich jetzt auf lager die alleine machen schon knappe 30 euro aus und der rest ist wirklich nur kleinkram für vielleicht das wikinger dorf ich weiß es nicht genau du schreibst es mir bestimmt und ähm oder schreibst mir bitte so rum ja und wir gucken mal das ist alles was bestellt wurde und ihr könnt es sehen das sind die kleinen tütchen von lego und ähm da haben wir sechs mal tüten mit kleinkram und einmal die tüte mit den minifiguren und da seht ihr es schon da ist einmal alles eben mit dabei und hier ja wir haben wedge plates wir haben sehr viele wedge plates generell ja und ich weiß nicht ob es sich lohnt das sind alles kleinste mengen ähm mal hier zwei steine da mal vier da mal fünf da mal zehn ähm eigentlich ist in der tüte so das was mengentechnisch auch irgendwie am meisten dann war also alles in allem wirklich eher eine kleinere bestellung was die teile angeht wenig teile highlights die ich jetzt irgendwie zeigen würde aber wie gesagt die minifiguren die sind ein träumchen und damit würde ich auch sagen schließen wir das video ab es sind wirklich viele bestellungen gewesen es hat sich vor allem jetzt ein bisschen gezogen bis dieses video online geht ja ähm einfach ich hatte keine zeit ganz einfach gesagt ähm das ist so ein bisschen hinten runter gefallen generell die videos fallen momentan leider ein bisschen hinten runter ihr kennt ja wie es so manchmal ist man hat einfach viel um die ohren aber ihr wisst bei mir werden die videos die bestellungen konstant auch hochgeladen und ihr könnt ihr euch immer angucken auch wenn es dann mal ein bisschen länger dauert diese konstante gebe ich euch und der konstante bin ich auch auf jeden fall treu weil das gehört einfach dazu ja ich mache das seit anfang an mit dem shop so und ich habe auch nicht vor es zu beenden weil es ist einfach cool irgendwie so man zeigt hier die bestellungen kriegt geschrieben was damit gebaut wird es ist doch wunderbar und ja von daher wie gesagt vielen lieben dank für die bestellung die geht auch heute wahrscheinlich noch in die post und dann sehen wir uns beim nächsten video und macht es gut schaut gerne mal im shop vorbei und genießt das wetter tschau tschau